auch schweiß doch die Waden waren der dritte 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 so 8 du heilige dritte das muss bestimmt weiter geht's und das das wäschend aus und einen Moment nochmal... So, ich muss mir gleich unbedingt mal die Nase putzen. Ähm, gut, die Mechanik zum Öffnen muss hier irgendwo sein. Ich muss mich hier genau umschauen. Ja, da sind Pixel... Ich, äh, falls jemand fragt, was ich hier mache, ich schaue mich grad genau um, ja. Oh mein Gott, ein Schild! Ach, oh. Ich muss hier den Pixel einzeln betrachten. Ne, ähm... Was ist das? Erde. Die Mechanik muss hier irgendwo sein. Also, ich würd mal gern noch ein paar Randinformationen wissen. Herr... Kiri Minecraft. Ähm... Über das Spiel insgesa... Also, nicht über das... Ja, das Spiel heißt... Ja, jetzt schreib mir nicht, äh, irgendwie... Ja, das Spiel heißt Minecraft und, äh... Kostet, äh... Das ist ganz cool. Denn... Da unten ist nichts. Ach, fast. So, äh... Das hier sieht schon mal verdächtig aus, oder? Ich glaube, da... Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Doch, schau da. So, das könnte wieder ein bisschen dauern, während ich hier die Mechanik suche. Müssen die auch immer so versteckt sein hier, ey. Ich faszet ja nicht. Mittlerweile blempert sogar schon nochmal die Minecraft Musik. Vielleicht ist es Wassergrad im Moment bisschen zu laut, aber... Ich kann es halt eben jetzt nicht ändern. Ich bin noch zu faul dafür. Was? Ähm... Und... Ne, das ist jetzt wohl verarsche. Ich geh... Von da, hier drüber, da runter und... Aaaaah! Und tschüss! Blub! Ja, endlich! Ich stehe es beim Tauchen drauf zu gehen. Dann speichere dein Spielstand einfach ab. Lalalalalalalalalalalalala... Lalalala... Was? Nein. Nein, da war nichts. Äh... Nein, da ist nichts. Ähm... Speichern... Okay. So... Dann geh ich mal weiter. Ach, das meinen die mir tauchen. Hier ist ein Loch. Ein Luftloch. Okay, hier scheint nichts zu sein. Und nein, ich hab keinen Schiss beim Tauchen drauf zu gehen. Also bitte... Denk das doch nicht von mir. Ich hab doch nicht geschlafen. Ich würde doch auch nie schlafen wegen sowas. Ach, du Heilige. Natürlich sehe ich dir da nicht. Ähm... Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Nee. Das ist das erste Mal. Ja. Ähm. So, da ist jetzt was offen. Ähm. Gibt's hier sonst nichts mehr versteckt? Ach, sagen wir einfach... Sagen wir einfach, nee. Äh, sorry, wenn ich hier was übersehe, aber... Tja, da weiß er wieder, wie er das ist. Dieser Knopf sollte die Wasserleitung aktivieren. Ach so. Ach, die. Dann kann man dadurch wieder rein. Okay, ist sehr schlau gemacht. Ähm, ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Blub, 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 blub. Äh. Ach so, okay. Ich hab den einfach mal gedrückt, ne? Also, wäre ich... Äh. Äh. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Äh, ich hab keine Ahnung, ob da was bringt, aber ich mach's einfach mal. Nur um noch ein paar Mal okay zu sagen. Äh, okay. Äh, okay. Okay. Boah, ey. Heck mich. Äh, dieser Knopf sollte die Wasserleitung aktivieren. Steht hier nichts mehr. Nö. Super Dieser Knopf da bringt auch nix, oder? Schätze ich mal Ja Ach Warum gucke ich nicht einfach hier mal Ob hier was passiert ist Mö ist es nicht Ich hätte gedacht, dass da Wasser rauskommt Wenn die Musik aus ist, bin ich auch wieder ruhig Ah Also das ist ganz eindeutig hier irgendwo in der Nähe Irgendwo hier Ich schucke mal nach oben, was soll das für den Sinn machen, wenn es sich direkt wieder schließt 移 Bro Dippdepdepdepdepdepdepdep polity ähm so jetzt ein halbwegs ach wie kam ich denn hier hin ok äh jetzt ein halbwegs cooler Song ähm ich spreche damit eine persönliche also eine Person persönlich mit an weil die mich auf diesen Zwang gebracht hat du 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 und so weiter und ja ich weiß echt nicht mehr weiter hier wieder mal da merkt er wieder dass ich nicht viel kann so ich muss aber gleich auch mal eine kleine Aufnahmepause machen dieser Knopf sollte die Wasserleitung aktivieren anscheinend kommen werde ich weiter und ich glaube ich weiß schon wieso und warum das das du 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 das ist ja Winfrau mehr nur zu einem Ach so. Ach so, okay. Wusste ich's doch. Jetzt hätten wir unsere Knöpfe auch wieder kriegen können. Hätten wir nicht länger als fünf Minuten gebraucht. So, gehen wir mal langsam hier hoch. Langsam, wie gesagt. Fangen wir mal an, dieses Lied zu tun. Du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ist wie eine Droge, wie eine Plage. Ich muss diesen Durchgang irgendwie öffnen. Ach, haben wir schon. Auch Mann. Danke Herr, der sich jetzt angesprochen fühlen darf. Auch Mann. Parkour Minispiel kein Muss du denkst du schaffst den Track in 20 Sekunden mit der Dicke den Knopf und fangen an zu rennen am Ende befinden befinden ja was befinden sich eine Druckplatte stopp Prozent Prozent ich habe es keine Zeit gestoppt Prozent so wird das schaffen die Erhebungs Kp ist die 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 nicht kommentiert nicht kommentiert jetzt noch das hat mich schon geschafft wenn wir mal um die Ecke und wir haben immer noch keinen Hunger bekommen die Schilder Leipzig die Bedeutung die Bedeutung die Bedeutung die Bedeutung schmarrt so ein bisschen die Bedeutung die Bedeutung die Bedeutung bei der Stärkung selbst ich hab glaube ich gleich mal auf also mit zum mit aufnehmen sowieso übrigens ich kann das ja ich kann es ja gerne in die Videobeschreibung stecken äh ich kann es ja gerne in die Videobeschreibung stecken da den Link zum Song der Dauert dann Dauern und habe ich viel also ist die Faustlichen Stuhl oder so ich werde durch den Bild klüge 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 klüfe klüge 1 ich bin die Haareしました komplett durchspielen Ich will zumindest mal ein Minispiel schaffen. Also, ihr merkt, ich hab gar kein Skill. Boah, ey. Ne, ich glaub, ein Minispiel... Oder wird es Bonuspunkte geben, oder? Ähm... 20 Sekunden. Hm, so aktivierst du den Schalter bestimmt. Lululululul... Lulululululul tears In الس ?". Könnt man zu Fail Paradise schicken? Oder zu Fail Paradies? Oder leg med. Ja, schnell, schnell oder ... Zumindest hab ich schon von den gehört. Weil die immer auf der Google Startseite sind. Wu Wegglein. Auch, nee, der kann aber wohl nicht sein. Mann. jetzt bin schon wie viele mal daneben gesprungen ich glaube ich lass mir mal Zeit ich lass mir Zeit, renn wir mal volle Suppe hier durch ich guck erstmal wie wir mal zum Ende kommen Danke Herr, dessen Name ich jetzt nicht nenne jetzt wollte ich grad schon wieder so nee, ist nicht wahr so, jetzt wird der Knopf nochmal gedrückt, jetzt schummel ich ein bisschen nein, ich hab keinen Flymob drin im Moment im Moment das ist ganz jetzt nicht einfach hinfliegen würde ich zwar gerne, aber da müsste schon Kreativmodus umschalten und das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht nein! Autsch die Bede die die Bede ich los bezeichnet der Lede zu dürfen die Bede die Bede ich los muss sein die Liederschaft schaft keine Ahnung wie viele sie kommen August und Lippen 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 Lopp nach dieser Seite weiterlauert Ach ne, wie soll man jetzt wieder hochkommen? So, nein. Nein. Boah ey, leg mich. Leg mich am Arsch. Autsch. Hat zu viel wehgetan. Ach, hab ich mich schlicht erschreckt. So, ich würde gerne aber nochmal hier runterkommen. Ey, der hast ja schlau gemacht. Da wäre ich erst gesagt mit draufgekommen. Boah, hey. Ho-Bengel, willst du wissen, wie man den Höllstruck umbeschadet, der übersteht? Bei der ersten Kreuzung. Ack, der Fug. Hä? Okay. So geht's auch, für Maus. Nein. Äh. Hm. Super. Wie sollen wir eigentlich gleich wieder hochkommen? Das ist jetzt eher, ehrlich, meine ernst gemeinte Frage. Wie kommen wir gleich wieder hoch? Oh, ich glaube, so schwer wird das nicht sein. Doch wird's. Ja, es wird wenig schwieriger als gedacht. Ach. Äh. 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 Ich will eigentlich die Minecraft-Bahn noch miterleben. Äh. Okay. Hä, wofür brauchen die? Hä? Guck mal. Ähm. Nun ja. Ich hab ein Brett vorm Kopf. Nun ja, abgesehen von einem Brett vorm Kopf. Guck mal. Guck mal. Und dann schau ich langsam runter. Ist klar, ne? Ja. Ich will. Ich hab' schon das geschafft. Hä? 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 das so welchen soll ich den Weg nehmen ach nee hier kam mal her ist besonders schlau wenn ich diesen Weg nehmen vor allem weil das auch total geht hier soll ich diesen Weg nehmen ich probiere es einfach mal aus ich glaube das ist der falsche ja das war der falsche ouch danke ouch nochmal danke dann müsste das hier der richtige Weg sein will ich mich verarschen ouch ja bleib hier runter damit hier runter ok so das sah kistenartig aus schön ha nein 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 das war mir klar das war mir klar das war mir klar das war mir klar ouch ouch ach das ein Puzzlerätsel ouch 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 so turm wieder da und ich habe mein Handy hat gerade vibriert ähm ich wurde angeklingelt also mach ich hier mal direkt mal einen kurzen Stopp und ähm sage mal ach wir gehen jetzt zum Rätsel so dann sage ich jetzt mal an euch Stopp und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss